Willkommen Willkommen zurück zu Metro Last Light mit mir Peterbuss von Creek.de und ich weiß gar nicht mehr so genau wo wir stehengegeben sind, deswegen drück ich einfach mal auf Fortsetzen. Bubbles Gruppe ist entlangsend nach Tretikovskaya, auch als Venice. Sie haben ein paar Stunden auf mich und sind durch freundlich verwendeten Tunnel. Aber ich werde aufhören. Ich kann es nicht aufhören. Was zur Hölle? Achja, ich entsinne mich. Dieses verdammte Tor-Ding, was wir da gerammt haben. Die kann ich nicht ersetzen. Können wir uns ganz kurz über die Textur von diesem Schädel hier unterhalten? Das ist doch der Hammer, oder? Wie wahnsinnig gut es aussieht. Ich meine, man rennt da normalerweise so vorbei. Aber schaut euch das hier einfach mal an. Die Qualität und die Liebe zum Detail ist fast atemberaubend. Also ganz ehrlich, das ist der absolute Hammer. Der absolute Hammer. Geht das noch? Hey, das Ding läuft noch. Das ist russische Ingenieurskunst. Äh, ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Okay, das heißt, da vorne gibt es Zeug, was ich sammeln kann. Und wenn wir zurückgehen. Das ist der Feuerplatz für uns. Du siehst, als ob du deinen Schädel zu kämpfen hast. Kannst du uns helfen? Und das ist nicht für mich, aber ich trage dir die Kinder. Natürlich. So, was machen wir jetzt? Wie leben wir ohne sie? Sie können immer noch nicht sein. Nein, ich will weiterfahren. Aber das Schädel, das Schädel war so laut. Aber das ist nicht. Und jetzt gibt es nichts. Sie haben es verletzt, dass sie es gab. Ich gehe es. Ja, das ist eine Rechte. Wie sieht das? Die Schädel ist mir immer wieder. Ich gehe es. Ich gehe es. Die Schädel ist mir immer wieder. Was ist das für die Hölle? Was ist das für das? Die Hühle sind uns am Tag? Wir werden es auch schnell machen. Und wir werden sie schnell erstmals. Bist du nicht! Bist du nicht! Nein! Nein! Enough of your whining. Nobody's coming. Well, Pratt, you do a first as you are. I'll stand watch. Okay. Come on, Mama. Come on, spread them legs. Nope. What are you doing here? Do you need any help with that? We will not let you do anything. What the fuck is taking so long? Where are you? Hey, you! You then! Come out here! I know this shit can't come here on the door. I told you to come out. Don't make it worse for yourself. Mhm. Come. Come in the Ecke. You do not want me to come looking for you asshole. Show yourself. Schaust du schon nach mir, oder? Drecksack. Geht das da aus, eventuell? Ja. Tot. Okay, ich mein, die Frau hätte sich auch mal bedanken können, irgendwie so. Aber, hey! Hauptsache... ...keine Vergewaltigung. Warum mach ich überhaupt dieses Gasmasken... ...ding auf? Au, 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 raus hier. Oh shit. 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 Okay. Erstmal reingen. Oh, 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 oh. Kann ich mal wieder gesund werden, bitte? Warte mal. Ich hab doch sowas wie, äh... ...Health-Packchen oder sowas. Medi-Pack. Wir haben nämlich noch kein einziges benutzt bisher. Okay. Von wo hat da grad noch einer geschossen? Ah, da ist er. Was? Wie kann ich den denn verfehlen? Okay. Erstmal gerade looten. Wo war hier grad ein Licht? Was ich ausmachen kann? Hä? Äh. Hier stand doch einer, oder? Hier oben drauf. Da ist er. Jetzt kann ich dich nicht looten. Nein, das war der gar nicht. Was ist denn der Sack, der hier hinten war? Ich hinde nämlich ganz gerne meine Munition zurück. Tja, wo ist er nur hin? Hm. Schau. Enteign mich, bitte. Ich kann es nicht mehr nehmen. Danke, Mann. Enteign mich jetzt. Komm schon. Schau. Schau. Enteign mich, bitte. Ich kann es nicht mehr nehmen. Schau. Ich bin noch nicht fertig. Danke, Mann. Enteign mich jetzt. Komm schon. Schau. Schau. Enteign mich, bitte. Ich kann es nicht mehr nehmen. Halt die Klappe jetzt. Oh. Danke, Mann. Ich dachte... Ich dachte, ich war fertig. Sie nahm alle noch immer. Die Kinder. Die Frauen. Die Frauen. Ich lege die Fahrradfahrt, damit Sie durchfahren können. Jupp. Woher weißt du, dass ich mit so einem Dings-Setup-Om-Setup... Naja. Wenn du sie folgst... Halt die Technik-Tunnel. 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 Woran erkenne ich den? Halt die Technik-Tunnel. Oop. Danke dir wieder. Ich werde dich jetzt erst mal fragen. Okay. Was ist das? Pallas, wir haben Kompany hier. Der Mann denkt, er ist Fucker No. 1 mit diesen Rücken. Schau ihn auf die Seite! Okay. Naah. Ihr habt euch noch nicht verhört, Jungs. Ihr seht es schon richtig, dass ich da bin. Nein. Hey, was das? Was ist das ein fucking Ghost oder was? Was ist das? Alarm! Der Mann ist hier! Alarm! Was? 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 Was ist das? Was? Was ist das? Was? Ich kann damit leben, dass ihr mich beleidigt. Oh! Ah, da. Ich werde dich für das. Du hast dich verdient, du Scheiße! Ich weiß schon. Na komm. Komm schon. Wie komm ich denn da drüben rein? Ja, ganz bald. Hey! Menschen töten. Ja, das macht nur in einer dystopischen Zukunft Spaß. Wie platzt denn da jetzt die ganze Zeit hinter mir? Was habt ihr denn da Feines, ha? Gibt es denn hier noch so alles Schönes? Habe ich euch jetzt. Sieht so aus. Das habt ihr ja toll gemacht mit eurer Falle. Die hat ja richtig gut funktioniert. Ich hoffe ihr bekommt eine Belohnung dafür. So, wie komme ich jetzt da drüben? Gibt es da sowas wie einen Schalter oder so? Oder muss ich da auch einfach durchfahren? Dann sieht das nämlich nicht so aus, als ob ich da durchfahren sollte oder kann. Da gehen so Kabel hin. Gehen wir nochmal da rein nochmal. Vielleicht habe ich einen Schalter übersehen. Den ich hier hinten drinnen betätigen kann. Und dann, prepare yourself for the book that will end the weather. Wo kick ich denn hier die ganze Zeit Glas rum? Zwerbung für das Buch. Finde ich gut. Da hast du eine Alarmglocke. Habe ich hier irgendwo einen Schalter übersehen? Tod, 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 Tod. Auch kein Schalter. Da! Da ist der Schalter. Na also. Ich habe aber keine Frauen und Kinder gefunden. Äh, etwas erschreckenderweise. Ich habe aber keine Frauen und Kinder gefunden. Äh, etwas erschreckenderweise. So, was? Wie geht's? Wir gehen wo? Was ist das Problem mit dir? Was ist das Problem mit dir? Der erste Schalter, der der die Elegte von 6.25 ist, wird unsere Arten haben. Okay. Was gibt's hier alles Feines? So. Welcher von euch ist ein bisschen hinterher? Keine Zeit sich Gedanken zu machen, wessen Karre das ist. Leute, wenn ihr tot seid. Ist doch keine Zeit mehr für sowas. Und weiter geht's. Irgendwie habe ich nicht mehr so das Gefühl, dass Munition ein Problem ist in Metro Last Light. Moment. Ähm. Moment. Das muss ich gerade herausfinden, wo ich lang will. Will ich da durch? Offensichtlich will ich da durch. Ah, shit. Okay. Wer hat denn da Holz über den drüber gemacht? Das ist ja... creepy. Ganz offensichtlich will ich da drüben durch. Das sieht doch relativ einladend aus, ne? Ein bisschen. Ich kann euch nicht mehr schicken. Ich kann dich nicht mehr schicken. Aber ich kann die Kinder wegnehmen. Oh, was ich nicht mehr schicken? Ja. Ich kann euch ja schicken. Lass uns. Ich kann mich nicht mehr schicken. Ich kann mich nicht mehr schicken. Well, you children are not coming. There were five of us that time. All on tonight. Soon as we met a girl, we fucking could be far dead. But this is a black man, you fucking believe it. So we enter it and flam! All the fucking lads. So I go, what the fuck was that? And the guys say, we're okay, but their voices didn't sound like them. I'm telling them, let's go back, and they say, no, no, we're good here, it's okay. Then I remembered my lighter, so I take it open and I see them just sitting there, mouths open. That black shit seeping in and out of them. My friend Yurka, he starts screaming and he swats the lighter out of my hand. So I ran my girl back to the stations and nobody heard of them again. Fuck, that's intense! Hey, you hear the one about the tunnel master? No. Well, you know at the end stations about... Okay, ich hab Frauen und Kinder gehört, das müssen wir jetzt noch klären. Ob hier irgendwo Frauen und Kinder sind. Wo kicke ich denn die ganze Zeit dieses Zeug rum, sag mal? Shit. Okay. Wo ist hin? Wo? Ah, das war der Anfang. Shit, wo ist hin? Okay, was hier gerade passiert ist, finden wir eventuell gemeinsam beim nächsten Mal heraus. Ich bin ein wenig irritiert und überfordert. Ich verstehe nicht so ganz, wo jetzt gerade die Frau hin ist, die ich hier heroischerweise gerettet habe. In jedem Fall, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Wer was zu sagen, kommentieren. Und wie immer, liken, wenn es gefallen hat. Ciao. W